Was würden Sie spontan sagen? Welche Vorteile bietet Leganto? Zum einen für Sie als Dozentin und zum anderen für Ihre Studierenden. Leganto ist für uns Dozierenden wunderbar, weil wir uns keine Sorgen mehr über Copyright und ähnliches machen müssen, weil das von der Bibliothek bereitgestellt wird und wir auch Texte aus aus Printmedien mit in die digitale Welt holen können. Für die Studierenden hat es große Vorteile, weil sie die Texte eben schon geliefert bekommen und nicht in die Bibliothek gehen müssen und sie kopieren oder scannen und sie von allen Orten der Hochschule oder auch von zu Hause aus an die Texte herankommen. Wie nutzen Sie Leganto bei der Planung Ihrer Kurse? Wenn ich meine Kurse anlege und Leganto integriere, dann mache ich das oft so, dass ich eben die Literaturliste direkt im Lernmanagementsystem auch anlege und da hat man dann zwei Möglichkeiten. Entweder kopiert man die Liste aus dem vorangegangenen Semester und überarbeitet die nochmal, ergänzt neue Literatur oder man kann es auch mit dem eigenen Literaturverwaltungssystem nutzen. Also ich zum Beispiel nutze Zotero gern und da ist eben so eine Funktion, dass Zotero in Leganto integrierbar ist. Welche Funktionen oder Features verwenden Sie regelmäßig in Leganto? Ich nutze gern die Funktion der Abschnitte. Da hat man einmal die Möglichkeit zu sortieren nach Themen oder nach Terminen. Die Funktion der Termine finde ich auch super gemacht, weil dann ganz eindeutig ist, welche Sitzung hat mit welchem Text zu tun. Es gibt Tags. Bei den Tags kann man anzeigen, welche Literatur ist verpflichtend, welche ist empfohlen für die Vertiefung. Es gibt auch so ein kleines Auge, da werfe ich ganz gern in der Vorbereitung so einen Blick drauf, wie viele der Studierenden haben denn tatsächlich jetzt auch diesen Text schon angeschaut. Das hilft es mir nochmal zu reagieren in der Vorbereitung auf mein Seminar. Nutzen Sie in Leganto auch andere Ressourcen als Bücher, Artikel oder Zeitschriften? Im Prinzip kann man in Leganto alles verwenden, was man auch sonst zitieren kann, also Vortragsfolien, Webseiten, Blogartikel, Podcastfolgen, Videos. Alles, was man auch sonst zitieren könnte, kann man in Leganto hinterlegen. Was hat sich durch den Einsatz von Leganto im Vergleich zur vorherigen Lösung für Literaturlisten beziehungsweise Semesterapparate verändert? Was hat sich verbessert? Verbessert hat sich, dass die Studierenden näher an der Literatur sind und den Zugang zur Bibliothek wiedergefunden haben. Weil häufig war es so, dass Studierende eben bei über Internet Recherche an Literatur gekommen sind, aber nicht auf die Bibliothek gekommen sind. Jetzt sind sie wieder näher an der Bibliothek und sehen, welche Schätze die Bibliothek für sie bereithält. Auch für die Mitarbeitenden ist die Arbeit mit Leganto total attraktiv. Bei uns in der Arbeitsgruppe hat es nochmal so einen Anstoß dafür gegeben, darüber nachzudenken, wie bauen wir unsere Seminare-Spiral-Curricula auf. Wie unterstützt die Bibliothek Sie bei der Nutzung von Leganto? Die Bibliothek unterstützt bei der Nutzung von Leganto auf ganz vielfältige Weise. Also zum Beispiel, wenn man die Listen angelegt hat, bevor man sie veröffentlicht, kann man sie nochmal zur Überprüfung an die Bibliothek schicken. Das gibt einfach nochmal Sicherheit. Und es gibt so eine Diskussionsfunktion, da kann man direkt mit den Bibliotheksmitarbeitenden chatten, anstatt jetzt nochmal das E-Mail-Programm aufzurufen und sein Anliegen da zu formulieren, ist es direkt da in Leganto auch verzahnt. Es gibt ein Tag, wenn man ein Buch oder ein E-Book lizenzieren lassen möchte, kann man auf Kaufwunsch drücken und die Funktion des Scan-Auftrags ist auch hinterlegt in Leganto. Gibt es noch etwas, das Sie zum Thema Leganto ergänzen möchten? Leganto ist für mich ein weiterer Meilenstein zur Digitalisierung der Hochschullehrer.